Hier sehen Sie die ganze Anlage, hier sind die Swim-Up-Puls, hier oben die normalen Doppelzimmer und ganz oben die Bestpreis-Zimmer. Die sind alle schön aufgeteilt. Swim-Up-Puls ist natürlich super schön, hat jeder eine schöne, kann man sich halt schön abkühlen. Man liegt schön auf dem Balkon, eigentlich eine ganz schöne Anlage, finde ich.